Papa, wie war es eigentlich früher, wo du mit Opa in den Urlaub gefahren bist? Mama! Ja? Mir ist so heiß. Früher war Autofahren ganz anders. Ich als Kind, ich saß hinten und mir war todlangweilig. Die Oma saß mit der Karte da und musste dem Opa genau erzählen, wo es lang geht. Den Straßenverlauf folgen. Wie lang fahren wir noch? Wir sind gleich da. Stimmt gar nicht. Über eine Stunde. Wunder. 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 Wunder.